Jo Leute, der Chris ist hier und ihr seht gleich auf meinem ganzen Stapel hier, Assassin's Creed habe ich hier mal nice angelehnt. Und um das geht es hier heute, das werde ich heute gleich mal verlosen. Ja, das hier ist die Game of the Year Edition, inklusive Schlacht von Flori, Fegefeier der Eitelkeiten und drei geheimen Templer verstecken. Ja, ist mein erstes Gewinnspiel und sorry, mein Finger war gerade im Bild. Peggy ab 18, USG ab 16, wir haben die USG Version, also darfst du ab 16 spielen. Die Disc ist nicht beschädigt, wie ihr hier seht. Keinerlei Kratzer, vielleicht. So hat es immer wieder mit einem Feuchtentuch abgesteilt oder so. Alles ist hier drin, auch das hier, das Handbuch zu Assassin's Creed 2, Xbox Live fähig, was man da die Xbox Live machen kann. Ist einfach nur scharf wegen Freunden. Die Erfolge kann man vergleichen, steht nochmal inklusive den drei Missionen. Blut und Wahrheit steht da hinten und da ein nice Bild von Ezio, wie er gerade mal in so einem Typen im Flug die Kehle aufsetzen wird, denke ich mal. Aber, ja, wie kann man dieses Spiel gewinnen? Es ist ganz leicht, ich benötige einfach nur von euch einen Grund, warum ihr das haben wollt. Eure Adresse und es wird schon zu euch geschickt. Also, von dem finde ich, er hat den besten Grund, warum er das haben will. Der wird es dann auch gleich bekommen. Zu den Xbox 360 Classics wird es hinzugefügt. Gehört zu den Bestsellers, also eines der bestverkauften Spiele. Das ist doch toll, ist von Ubisoft. Das Video nehme ich jetzt auf mit dem iPod 4G. 168 Euro hat mich das gute Sticker kostet. 8 GB und ich bin richtig zufrieden mit dem. Ja, dann habt ihr auch gleich mal eine Empfehlung. Den iPod 4G würde ich jetzt mal sagen. Da ist noch so ein kleiner Sticker oben. Was hier auch immer so an der Seite klebt. Das wisst ihr immer. Also, warte, das werde ich jetzt mal schnell noch runternehmen. So, das hätten wir dann. Geh ich jetzt mal schnell daher. So, das sage ich dann später. Steht noch gegen deine Warnung. Lesen Sie das Handbuch, um Informationen zu Fotos in CT-Van. Danke, ich habe gute Deutschkenntnisse, ja. Und Leute, Adresse, einen Grund, warum ihr Assassin's Creed 2 Game of the Year Edition. Haben wollt. Und ja, also per Privatnachricht natürlich. Leute, das war es von einem Crysis. Ich mag euch sehr. Abonniert nicht vergessen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.